Uuuuuh, Apex Legends Season 4 Ok Leute, seid ihr bereit? Jetzt gucken wir uns die Skins an für diesen geilen Charakter hier Alter, er sieht so unfassbar krass aus Ok, wir haben Sahara Jetzt kommen wir zu den blauen, ok, ok Ja, ich will das schnell machen hier Oh, das sieht eigentlich noch gut aus, Spider-Man, Leute Ok, das sieht eigentlich, ja, 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 ja Ok, das ist ein Ritter, Green Screen Aha, Nadelkissen, Labyrinth Eine Refraktion, jetzt kommen wir zu den Violetten Ja, Alter, yes Das gefällt mir Ok Mhm, mhm System Hack, ja Und jetzt, äh Falscher, falscher Götze Uuuuh, Alter Ach du heilige Scheiße Unheilige Bestie Ok, ja, das, äh, habe ich glaube ich schon mal in einem Trailer gesehen Das ist also für ihn Raubvogel Oh, 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 oh Der Raubvogel hier, das gefällt mir hier am besten und es sieht ultra krass aus. Und dann Finisher, das ist der normale Finisher. Uh, okay. Ja, ist geil. Aber welcher Finisher natürlich ultra geil ist, haben wir auch schon im Trailer gesehen. Bam! Oh ja. Gleich nochmal. Der ist einfach nur geil. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Shop ist immer noch der gleiche wie von heute Morgen. Ich freue mich, ihn zu spielen. Ich habe jetzt kein Geld dafür, aber später, später, später. Apex-Münzen. Okay, noch nicht verfügbar. Finde ich ein bisschen komisch. Finde ich ein bisschen komisch, dass man noch keine Apex-Münzen kaufen kann. Aber jetzt kommt der Battle Pass, den ich mir auch noch nicht kaufen kann. Na ja. Auf jeden Fall haben wir hier diese geile Waffe. Sieht eigentlich ziemlich geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Dann haben wir hier dieses tolle Lifeline-Outfit. Hier, ja, warte mal. Ich muss, egal. Also, Lifeline gefällt mir, das ist jetzt, ja, ich weiß ja nicht. Crypto. Das wird mein, äh, neuer Main-Skin von Crypto, bis, äh, bis ich den, äh, Anzug habe. Das ist ein schwarzer Anzug, Mann. Oder den Red Devil. Weil, äh, ich finde, das sieht halt auch geil aus. Blaue Haare. Das ist halt ein Roboter, aber, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Und dann halt XP, Apex-Münzen. Ja, Pack. Ich freue mich auf das Pack. Der, das ist geil. Geiler Loading-Screen. Ah, jetzt fängt es wieder von Null an. Ah, das ist das goldene Platz. Okay, ich muss es jetzt einfach groß machen, ne? Ich muss es einfach groß machen. Ja, das ist, äh, das Restaurant. Da hinten ist der Lift. Hier drin haben sie ja so gekämpft. Ja. Perfekter Soldat. Uh, ja. Kostik auf seinem Gasteil. Schon wieder dieses Restaurant. Oder was das auch immer ist. Warum? Oh. Und schon wieder das? Ne, ich glaub's ja nicht. Die haben nur von dem. So, dann haben wir hier für Krypto. Oh, ja. Oh, ja. Das feier ich. Das feier ich. Oh, ja. Das will ich haben. Also, mindestens 46 muss ich kommen, ne? Ah, das ist vom Trailer. Aber schon wieder dieses Restaurant. Das muss ich sagen, dieser Skin, der ist übelst nice. So, Cyberpunk, das, das gefällt mir. Ah, guck mal, hier wo er bemerkt, wer er eigentlich wirklich ist. Und schon wieder so ein Kostik-Skin. Schon wieder dieses Restaurant. Oh, ich glaub, die hatten, äh, nicht so gute Idee, ne? Ja. Ja. Ja, das sieht wenigstens ein bisschen besser aus. Es war auch im Restaurant, aber... Das ist schon wieder das Restaurant. Ihr glaubst ja nicht. Uh, jetzt muss ich schon zu Stufe 80 kommen für diesen geilen Track, Alter. Und das Restaurant. Nochmal! Und das ist auch der letzte Loading Screen. Was für Ideen hattet ihr bitte schön für die Loading Screens? Nein? Hm, okay. Das ist ein geiler Skin, muss ich, muss ich sagen, muss ich sagen. Und dann Stufe 100. Hier will ich, äh, hinkommen. Oh, ja. Oh, ja. Na, das hier, äh... Diesen Skin... Warte mal, hey. Ist doch genau das gleiche. Boah. Ah, nee. Das ist halt einfach blau. Das ist ja einfach blau. Ja. Aha. Wir werden alle sterben. Aha. Wir siegen. Das ist in drei also, ne? Uiuiui. Ich schlage vor, wir landen hier. Okay. Absprung. Festhalten. Wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Übelst. Oh, der Planet Harvest, das sieht ultra krass aus. Alle gehen dahin. Aha. Gibt es da noch was Gutes? Alter, leckt das. Warum leckt das so hart? Weil so viele Leute auf einem Platz sind oder so? Oder weil so viele Leute rum... laufen? Oder hat jemand von uns, äh... zu wenig WLAN? Das kann ich mir nicht mehr dann sehen. Ah, jetzt ist es wieder normal. Hier ist ein Helm. Stufe 2. Frei. Weil das ganze Squad ist ja noch nicht down, also. Denke ich, ein Typ von denen ist noch hier. Aber wo? Den hier. Oh, guck mal, endlich ein besseres Backpack. Oh, Gott, jetzt bin ich hier verschrocken. Oh, Gott, jetzt bin ich hier. Ich bin am Boden, lebe aber noch. Nein! Alter, ich hab den voll gegeben! Öffnen wir es. Boom, boom. Ja, ich weiß ja nicht. Okay. Herstellungsmetall. Ja, wenigstens kriege ich das. Äh, Longbow. Aktuell. Kardinal. Ja, nee, nee, nee. Das ist schon besser hier. Ist schon besser. Aktuell Werkzustand. Ja, dann. Ist das nicht die Sonneneruption? Ich glaub, das ist die neue Sniper. Jupp. Dann haben wir auch ein Waffenskin dafür. Und dann hier 15 Metall. Okay. Okay.